Hallo Spatzenfans! In der aktuell doch sehr sehr schwierigen Phase müssen wir noch enger zusammenstehen. Folge dessen hat sich der Verein eine coole Aktion überlegt. Lasst uns zusammen die virtuelle Heimkurve bilden. Gemeinsam für Ulm! Ja richtig Freunde! Ich habe von der Aktion virtuelle Heimkurve mitbekommen. Super Aktion! Da könnt ihr zum einen in den SSV Ulm 1846 Fußball und die regionalen Tafeln unterstützen. Hier gibt es was Schöneres. Hallo Freunde, ihr spricht euer Kerl. Ich muss sagen, ich habe von der Aktion gehört. Von der virtuellen Heimkurve. Das ist eine absolut super Aktion. Unterstützt euren Verein. Seid füreinander da. Ihr helft euch. Unterstützt euch. So muss er sein. Gemeinsam für Ulm!